Servus Leute Floh wieder am Start heute gibt es ein neues commentary am Duel Sonntag wieder mit mir Servus Jo wir spielen wieder ein bisschen Black Ops 2 noch lange mal wieder und man sieht ich habe mich zurücksetzt weil weiß nicht ne der war mir gar nicht zu wichtig aber ja ja ich bin heute Möhrer Luschen nur spielt um ein Stellung auf Heidelberg und der bis heute nicht zurücksetzt um er hat mir hat sie mit keinen Spaß mehr gemacht zu was nicht so kein Ziel mehr genau genau das war es kein Ziel mehr als Grammler wie Christoph Prestige Meister das oh ja ich musste mich einfach wegsetzen wegsetzen im Hintergrund sieht man auch mein schönes Pumelow Pumelow schau mal schau mal meins ab oh yeah Patrick dringend da Prozent Pumelow Pumelow ist Kauser war und so werden jetzt wieder ein bisschen mehr Black Ops zocken ich höre mich jetzt wieder ein bisschen auf Puschen Pusch Pusch ich hoffe Petrus Peter sieht das weil er weiß wer weiß was mit Puschen gemeint ist Pusch Pusch ich bin ms mc schalldämpfer schnelles Magazin Stellung mp7 mit um was für was vollband schnitt so ein punkte kassieren so langer Lauf und erweitertes Magazin Pusch juhu und Strasse hat er immerhin mein Leben so ist schon drungen um keine Ahnung nur die Kinder haben sie ist nirgends vorwerb und das war was oben auf der Brücke ja nicht mehr nirgends und zum Strasse Mike K2 sich das so laut schimmelt Schicht ist er nicht zu ihm das schimmelt sich für Weg der Schimmel Schimmel sag mal bitte wann die luke geöffnet wird im kanton auftrat immer nur die frieden stifter mit mal legt mir ja weiß nicht was gemeint ist gekommen kommen 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 so fragen wir mal gar nicht an du siehst eh wann die luken geöffnet werden damit sind und mit gepusht ach ja schade pusten pusten der da muss pusten ksg geil gott die ammd die reichen tarnungen sind bunt würde ich mal sagen speckig speckig kommt schon wieder so ein rotz nasen helikopter luken werden geöffnet wirklich ja 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 luken um nun aber ich würde stehe schnell rauf und voraussetzung und meine korte Scherze oben gewohnt bis kurz und ohne das ist richtig auch sozialistisch in der Karriere anträglichen feuer und gut muss der als rennt gott du weißt du was ich gerade sagen wollte der a-r-r-r-r-r-r-r-r Nein, Pech, f*** dich. Keine Kraft, das drücke. Jetzt teile, jetzt teile. Jetzt aber was teile. Ja, ja, komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Jetzt habe ich 9,5, scheiße. Du brauchst nicht reden, du brauchst nicht reden. Ja, das war mal falsch eingegangen, will ich mal sagen. Wow, 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 drei Gegner, drei Gegner. Mann, Remington, du... Böses Gesicht. Ja. Okay, komm, 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 brauchen wir gar nicht mehr versuchen. Na, das geht sowieso schief. Ja, da kommt alles gerade 4 auf, bist du deppert. Nein, was, was geht in deinem Leben schief? Vieles. Farma, Mann. Farma, Mann. Ohne Spaß. Aha. Frisch schief. Wieder, wieder so kurz vor Prizschlag, du, Kerl, das... Und so, komisch war nicht gerade. Böses Wesen. Böses Wesen, mhm. Semtex geworfen. Semtex geworfen. Oh, ich hab C4 mit... Amma na rotz. Amma na rotz. Amma na rotz, nja. Damoze, damoze. Bastardo. Ja, Mann, was ist... Schellell, oder scheiße nur Schelle. Sche... Schellen, Schelle. Schell, Schellen, Schelle, Schelle. Jo, 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 jo. Krieg. Ja, Mann, C4, hätt ich so... Hätt so dein Gesicht... Dein Gesicht zerrissen, oder? Boah. Das hätt so perfekt passt. Ich hab mir gedacht, das ist so perfekt ausgeschlossen, als gesagt. Ja, Mann. Das hat keinen Sinn, da, wenn einer links und rechts steht, da rein zu gehen. Steh an. Mhm. Auf der Brücke ist wer. Wurscht. So schief, boah. Na, 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 na. Ja, absteh. Ja, absteh. Na. Na, 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 na. um 16 14 voller trägt und sicher wieder alle hinter mir jetzt so lange du besser als ich bist, ist alles gut auf einziger Blick schlägt rein 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 wow du sagst es einer, ich denk mir schon so, fuck hey hey hey, mir ist einer wow, Peacekeeper ist ja voll der Rotseiter Peacekeeper? na, mit Schallepfer scheißmagazin, das hab nur ein Laser ja, du bist billig wo? Triple ne, du meinst, ich spiel nicht mit der ne? nein ins Gesicht, sag mal ins Gesicht ins Garsicht, bitte ist Garsicht, ja oh, Fail aber Ärztes komm, Alter, gib mir die Waffe schauen wir mal, wie wir mit der Sting spülen BDW wieder Pudududu oh, F1 mit Fallmodus? ne, Flutewelle da wird Farmer geöffnet S der Dorn wird empfangen ab Mauer Köln hinterhut also schon in der Begründung doch ausgottet nun schweißspiel dort schon zehn Minuten oder da kommt ihr mit dem Tod dringend Nein nein nein! Ah... Ah! B-B-B-B-B-B-ÜB-B Der Scheiss auf Thio, ey, da! Nein nein, bleib stehen, bleib stehen! Jawohl, kommh, Alter! Ring 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 Nicht zu viel zu meines Singten. Menner, 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 menn... Ja, ich bin gestorben. Hihihi! Figg dich! Wessen Kind war das? Wessen Kind war das? Wessen Kind war das? Deine Mutter... Deine Mutter! Was? Gehen wir das? Gehen wir das? Gehen wir das? Gehen wir das? Ja was? Kriegst du doch was? Ja Manuel, komm fahr mal gleich mit dem scheiß Hommelmagazin in Aargh! Und ohne Spass. Steht vor mir, ne trifft doch nicht. Was willst du? Schelle 1704... Keine Ahnung, Mann, Alter. Ich bring dich um, Alter. Es so... Weh, da mal. Es reicht's, mein Skerry. Ich bin kurz verknopfer Blitzschlag. Ja. Das ist nicht deutsch. Ich bin ein Nehmen. Komm und 24 für Scheiße, Alter. Ah, 24-20. Ja, was? Komm, 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 nein, nein, nein. Hinter mir? Ja. Ich bin kurz, ja. Ich bin kurz, ja. Ich bin kurz, ja. Okay, weh, einfach. Ja, geil, was hat ihr Ohle? Egal, was auch so hat. Ja, wirklich. Na, da. Oh, versemelt. Oder? Na. 26-20, voll dreckig. Oh, nein. Boah. Positiv. POSITIV! Ja. Du auch? Mhm. 23-21. Knapp. Ja, ich hätte ja noch Blitzschlag gehabt. Ich bedanke mich für eine Duell. Danke very much. An einen schönen Sonntag wieder. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Eine Woche. Ciao. Ciao.